Die haben sich halt auch bezahlt. Ja, also sein Trainer, Dennis Bauer, hat auch gesagt, eine Stärke von Jason sind definitiv die Lowkicks. Er hat auch gute Beinarbeit, an der sie weiterhin trainiert haben, also auch in Vorbereitung für diesen Kampf. Ja, und Elias, da kam auch die Aussage, der nimmt jeden Gegner, also er sucht nicht aus. Hat auch schon Infusion-Erfahrung und nimmt demnächst auch bei einem Vier-Mann-Turnier teil mit MMA-Handschuhen. Also ich denke, auch hier können wir uns auf den Kracher gefasst machen. Auch beides erfahrene Jungs, auch wenn der Jason erst 20 Jahre alt ist. Trotzdem schon viel Erfahrung mit 19 Kämpfen, also wenn das hier jetzt sein 20. Kampf ist. Oder ich finde es auch immer schön zu hören, wenn du dann siehst, wie lange die Jungs dann auch in so einem Gym bleiben. Aber wie gesagt, jetzt acht Jahre schon unter Dennis Bauer. Dennis Bauer auch selbst aktiver Kampfsportler. Das ist auf jeden Fall ein Größenunterschied, mal gucken. Ja, also Elias hat auf jeden Fall den größten Vorteil, aber hier sehen auch beide Jungs aus, als ob sie richtig Bock haben. Also auch hier, auch auf den Kampf bin ich gespannt. Hier jetzt wieder nach K1-Rules. Ich hoffe, wir werden nicht viel Climps sehen, sondern die geballte Action. Ein schöner Weiterhaken von Elias. Elias, der Linkshänder. Schöne gerade Fäuste von Elias. Auch hier wieder die Basics. Schöne Meidbewegung von Jason. Schöne Rechte zum Körper von Jason, aber schönen Kontakt von Elias. Schön zum Körper. Also bisher kann ich jetzt keine Vorteile durch die Größe von Elias sehen. Oh, schöne rechte Overhand von Jason. Und das Publikum hier ganz klar hinter Jason Sakraszynski. Also auch das ist jetzt hier in der Anfangsfahrung schon wieder zu sehen. Geiler Kampf, technisch sauber. Oh, oh, oh. Ja, da sollte man also ringig dann auch dazwischen gehen. Aber was ist dein Eindruck bisher so? Oh, es ist schwierig. Also die Low-Kicks von Jason, die treffen definitiv ihr Ziel. Also für mich macht es ein bisschen den Eindruck, als ob Jason schon der Aktivere ist. Ein bisschen mehr nach vorne geht. Auch schöne Meidbewegung drin. Also lässt sich nicht so klar treffen. Wobei auch Elias jetzt noch nicht so die knallharten Treffer kassiert hat. Schöner Doppelkick. Und hier jetzt, schöner Schlagabtausch. Die zwei schenken sich hier gar nichts. Schön, schöner linker High-Kick. Also aktuell würde ich sagen, dass der Jason das Ganze ein bisschen besser umgesetzt bekommt. Ja. Obwohl der Elias größer ist, kann er das irgendwie nicht so richtig ausnutzen. Also, ich würde sagen, Jason macht es auch wirklich gut. Geht zum Kopf, geht zum Körper. Applaus, meine Damen und Herren. Also auch hier muss ich sagen, geile erste Runde. Macht richtig Spaß zuzugucken. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr erstaunt, wie gut Jason das mit der trotzdem Reichweiten Nachteile macht. Also immer wieder exklusiv rein, landet harte Fäuste. Und vor allem gefällt mir, dass er sehr schön auch zum Körper geht. Ja, hier der Cartwheel-Kick-Ansatz. Ja, gut. Gut. Also ich würde die Runde dem Jason geben. Ja, auf jeden Fall. Ohne dass Elias jetzt irgendwie in Bedrängnis war, extrem, aber war schon eine gute Runde. Ja, nee, der Jason konnte einfach ein bisschen besser umsetzen. Ja, macht das auch richtig gut. Gut, exklusiv rein, arbeitet keine einzelnen Techniken, sondern immer mit einer schönen Kombination. Und wie gesagt, die Vielseitigkeit, dass er nicht nur zum Kopf geht, so Headhunten, sondern auch den Körper bearbeitet. Die sehen beide noch gut aus. Ich würde aber sagen, der Jason sieht noch ein bisschen fitter aus. Runde zwei. Und weiter geht's. Gucken wir, ob Elias jetzt ein bisschen mehr seine Reichweite ausspielen kann. Also Jason kommt auch sehr gut mit der Auslage zurecht, wobei das ja meistens ein Vorteil für den Linkshänder ist. Weil der halt öfter gegen Rechtshänder kämpft und Rechtshänder noch relativ selten gegen Linkshänder macht das stark hier. Also auch hier aktiv. Ja, das sind schon schöne Kombinationen von Jason. Auch sehr kontrolliert, das ist nicht zu wild, gar nichts. Also auch hier wieder Linke im Ziel. Zwar sagen muss, beide Kämpfer konstant in Bewegung. Und wenn der Elias mal angreift, ist der Jason auch sehr gut in der Doppeldecke. Also das ist echt kaum was zu. Und hier auch das Publikum voll dabei. Wahnsinn, super Stimmung. Ja, Jason freut sich hier. Oh, schöner Headkick, der ein bisschen geblockt war noch. Das ist Wahnsinn. Also der Jason hat wirklich immer die Deckung oben. Das ist... Oh, starke Fäusten-Ziel. Oh, oh, jetzt wird's aber eng. Und hier baut Jason richtig starken Druck auf. Also der bringt die vollste Chance vor. Das ist der sehr gut das Ziel. Also man könnte fast meinen, er wäre der größere Mann. Macht er richtig gut. Also da hat auch sein Trainer Dennis Bauer nicht so viel versprochen. Weil die hat da kein falsches Lob ausgeschüttet. Aber Elias ist immer noch im Kampf. Also... Das ist fast schon ein bisschen schade, dass dieser Kampf 0 über 3 unten ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich muss sagen, die Deckung vom Jason ist noch immer super gut. Wahnsinn, ne? Der hat echt ein gutes Auge. Schöne Mike-Bewegung nach hinten, weicht vielen Schlägen auch aus. Also ist schon, das macht er schon sehr, sehr gut. Oh, oh, schöner Kick. Aber wie gesagt, Elias ist nach wie vor im Kampf. Also... Ja, macht er auch schön, ne? Mit dem Frontkick ins Gesicht. Oder zumindest in Richtung Gesicht. Also da muss ich ehrlich sagen, wünsche ich mir einfach, dass der Ringrichter ein bisschen aktiver ist. Bei diesem Spinning Backfist von Elias gerade eben eigentlich... Du kannst dich den Rücken zudrehen und dann... Ja, groß Applaus, meine Damen und Herren. Aber da mache ich dem Elias keinen Vorwurf. Da muss der Ringrichter dazwischen gehen. Genau. Aber auch das war für mich wieder eine Jason-Runde. Also eigentlich auch deutlicher als die erste, würde ich sagen. Hat viele, viele schwere Knie ins Ziel gebracht. Äh, Hände ins Ziel gebracht. Und... Auch da sieht man nochmal schön High-Kick. Also der Jason hat echt ein gutes Auge, gute Deckung. Absolut. Echt starke Aktionen gebracht. Also, puh. Der Elias muss sich in der letzten Runde jetzt echt was einfallen lassen. Also, Elias braucht in der letzten Runde auf jeden Fall einen Knockdown, um überhaupt einen Unentschieden zu erreichen. Ja. Ja, die Halle hier rastet aus. Aber noch ein Tschechsen hat einiges am Zuschauen dabei. Wundert mich aber auch nicht. So wie der Junge kämpft, also ist es das auch auf jeden Fall, da eine Veranstaltung zu besuchen, wo er kämpft. Aber ich bin echt begeistert. Ja. Oh, hier wird schon mal freundlich gegrüßt. Ja, hier kommt Elias ein bisschen. Weil Elias wird auch wissen, dass er jetzt was machen muss. Ja, das sind keine Punkte, nix. Schöner Freund-Kick von Elias. Jason kriegt die Low-Kicks auch immer schön geblockt jetzt. Auch wieder schwere Hände von Jason. Jetzt die letzten zwei Minuten. Also, das ist auch wirklich zu sehen, der Jason ist sehr vielseitig. Ja, ja. Schöne Feuerste, schöne Frontkicks. Also der Jason hat auch noch insgesamt einen sehr fiten Eindruck. Ja. Und sehr variabel, also kämpft sehr variabel. Aber Elias ist immer noch im Kampf. Er ist immer noch im Kampf. Da ist nichts von aufgeben zu sehen. Probiert es weiter. Schönes gesprungenes Knie von Elias. Also Elias gibt für mich auch auf Versuch. Der ist hier in der letzten Runde wirklich noch mal alles. Auch wieder ein sehr geiler Fight. Also, muss man wirklich sagen, Elias versucht hier noch mal alles. Das ist ein sehr guter Haken für Jason. Schöner linker Haken für Jason noch mal. Jetzt in 30 Sekunden. Geht noch mal einer, beziehungsweise geht Elias noch mal aufs Ganze. Eigentlich braucht er den Lockdown. Geiler, geiler Kampf. Also, ich muss sagen, für alle kleinen Kämpfer ist das hier wirklich ein echt gutes Beispiel, wie man es macht. Ja, also, also, ich, zwei Runden gebe ich den Jason die ersten, zwei, die letzte Runde gebe ich den Elias. Also, der Elias hat noch mal alles rausgeholt, aber auch ganz, ganz enge Runde. Hat gut Druck gemacht jetzt in der letzten Runde. Das hat mich auch gefreut, das einfach zu sehen, dass er es jetzt wirklich bis zum Schluss noch mal probiert hat. Und nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat. Aber ich denke, das hat trotzdem nicht für den Elias gereicht. Also, für mich ist das eine 2-zu-1-Runden-Entscheid für den Jason. Also, und wie du schon gesagt hast, jeder Kämpfer, der kleiner ist als ein Gegner, guckt euch den Kampf an. Und dann sehe ich genau, wie man es machen soll. Also, richtig starke Leistung von beiden Kämpfern, starke Leistung. Aber, ja, es ist rauszuhören. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt von der Leistung von Jason. Nee, definitiv. Also, definitiv. Auch hier wieder so abgewichst schon. Also, Wahnsinn. So, meine Damen und Herren, noch mal ganz großen Applaus für diesen wirklich super, spektakulären Kampf hier. Ja, auch das Publikum honoriert hier die Leistung beider Kämpfer. Sieger in der Blaunecke, Jason Zerplatscherspott! Oh, da raste die Halle auf. Das ist sehr raum jetzt. Ah, da werden sogar Schilder aufgehalten für Jason. Also, die Schütz, würde ich mal sagen, so um die 50, 60 Leute von ihm da. Aber auch von der LIA starke Leistung. Ja, auf jeden Fall. Dieser Kampf hat definitiv Spaß gemacht. Das war aber ein würdiger Co-Main-E-Bit. Wirklich. Also, definitiv. Also, wir haben sowieso jetzt über den ganzen Tag jetzt auch gerade in der Main-Card und man hat so viele geile Feinden gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also, das hat schon echt Spaß gemacht. Der ganze Rahmen hier, geile Halle. Richtig geil aufgebaut alles und dann auch noch passende Kämpfe dazu. Also, warte, könnte sagen, gibt's ganz. Wer vielleicht auch ein bisschen spät eingeschaltet hat, guckt euch auf jeden Fall die Kämpfe nochmal an. Also, wenn ihr jetzt erst dazugekommen seid, habt ihr einiges vom was. Aber die ganze Veranstaltung ist ja dann noch bei Fight24 nach wie vor zu sehen. Und da ... aber ... Vielen Dank.